Ausstellung Erdkult-Hose. Ingrid Bergmann, Merlin Monroe oder Audrey Hepburn haben sie getragen, die Capri-Hose. Den Siegeszug der Dreiviertelhose zeigt nun eine Sonderausstellung im Levi-Strauss-Museum in Buttenheim. Geschaffen wurde die Capri-Hose von der Designerin Sonja DeLennert in München kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Sie hat sich aber im damals noch sehr konservativen München nicht getraut, diese Hose in der Öffentlichkeit zu tragen, weil auch das noch nicht üblich war, dass Frauen sich mit Hosen in der Öffentlichkeit gezeigt haben. Die hatten immer so das Gefühl, sie überschreiten so die Grenzen der Schicklichkeit. Erst bei einem Urlaub auf Capri trug Sonja DeLennert die Hose und zog die Blicke auf sich. Kurze Zeit später war das sommerliche Kleidungsstück Trend in ganz Hollywood. Die Ausstellung ist noch bis zum 7. September zu sehen.